Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Wissensschätze, eurem Format aus dem Osiris-Verlag. Heute haben wir ein sehr wichtiges Thema, eigentlich haben wir ja immer wichtige Themen, aber heute geht es auch ein Stück weit um Krisenvorsorge, heute geht es nicht nur um das Thema Gold. Wir haben ein Buch von Prof. Dr. Hans Boker, Freiheit durch Gold und ich möchte in dem Fall tatsächlich mal den Untertitel noch mitzitieren, Sklavenaufstatt im Weltreich der Papierkönige. Für diejenigen, die sich ein bisschen auskennen, könnten wir die Sendung jetzt eigentlich schon beenden, denn es sagt eigentlich alles, worum es geht. Wir werden heute mal über Pros und Kontras sprechen, warum ist Gold so wichtig, warum ist seit Jahrtausend so wichtig und nicht nur als Schmuckgegenstand. Was könnte denn auf uns zukommen? Wir wollen ein bisschen in die Glaskugel gucken, denn auch bei uns in diesem Land oder weltweit eigentlich aktuell mehren sich die Indizien, dass doch ein größerer Crash hier nur auf sich warten lässt. Und warum dann Gold, Silber, Edelmetalle an sich eine ganz gute Idee ist und was es vielleicht sonst noch für Möglichkeiten gibt, sich ein bisschen vielleicht in einer Krise vorzusorgen, darum soll es in der heutigen Sendung gehen. Servus, Oliver. Servus, Patrick. Schön, dass du wieder hier bist bei uns. Danke dir. Du hast ja das große Vergnügen gehabt, dass du den guten Herrn ja noch persönlich gekannt hast. Leider ist er ja schon verstorben, aber erzähl uns da ruhig ein bisschen was. Leider ist Professor Bocker letzten Oktober 2020 verstorben, nach ein paar Jahren schwerer Krankheit. Es war ein außergewöhnlicher Mann, ein außergewöhnlicher Mensch, ein sehr interessanter Autor und ein sehr unterhaltsamer Vortragender. Also es gibt heute noch einige YouTube-Videos, wo man Vorträge von ihm sieht, also das sollte sich keiner entgehen lassen. Sehr unterhaltsam, auch sehr informativ. Professor Bocker wird uns fehlen. Lass uns doch ruhig mal mit dem Klappentext eigentlich wie immer anfangen, weil der fasst schon mal ganz gut zusammen, was dem Zuschauer jetzt zu erwarten hat. Genau. Also wie gesagt, der Untertitel Sklavenaufstand im Weltreich der Papiergeldkönige. Freiheit durch Gold. Verehrte Leser, wir gratulieren Ihnen. Sie schenken der in diesem Buch dargestellten hochaktuellen Thematik einer kranken Geldwirtschaft mit all ihren heute bereits sichtbaren und den noch anstehenden verheerenden Auswirkungen ihre Aufmerksamkeit. In dem schmerzhaften und unvermeidlichen Prozess einer Gesundung wird Gold, genau wie in allen Krisen der Vergangenheit, eine Schlüsselrolle spielen. Ihr Interesse ordnet sie in die Gruppe der Mitmenschen ein, die vorausschauend begreift, dass Gold wieder zum Mittelpunkt der künftigen gesunden Geldwirtschaft in einer von Prinzipien der Ehrlichkeit getragenen Gesellschaft aufsteigen muss und wird. Das heutige Luft- und Falschgeld, welches im Wesentlichen der Machterhaltung einer winzigen Minderheit dient, wird unausweichlich untergehen. Dass damit nicht nur auch ein Gesundheitsprozess der gesellschaftlichen Interaktion und Systeme einhergehen wird, sondern dass sie selbst in absehbarer Zukunft die Verrüchte ihrer Vorausschau ernten werden, versteht sich von selbst. Die schleichende und fortlaufende Enteignung durch Geldentwertung zugunsten der Schuldenmacher trifft alle Mitmenschen. Es ist dies ein heimtückischer, perfider und hochgradig antisozialer Prozess, der niemanden verschont, der gesellschaftspolitisch höchst verwerflich ist und längerfristig immer ins Verderben führt. Die Geschichte ist reich an Beispielen. Heute wächst die Rolle des Staates, der einst ausschließlich für die innere und äußere Sicherheit verantwortlich war, exponentiell. Die bürgerlichen Freiheiten welken dahin. Unter diversen fadenscheinigen Deckmäntelchen der Rechtfertigung wuchern faschistoide Machtapparate in bedrohlicher Weise. Was Wunder, dass die Hochfinanz und die Politiker Gold fürchten wie der Teufel das Weihwasser. Die Rückkehr zu einem Goldstandard wäre gleichbedeutend mit dem Ende ihrer Macht, dem Ende des Dollars, des systematischen Täuschungen, der Bilanzfälschungen und des getarnten Betrugs, denn Gold ist absolut ehrlich. Dieses Buch wird auch Sie nachhaltig zu freiem Denken motivieren. Nur Mut! Und das ist erschienen 2009 und man könnte eigentlich der Meinung sein, dass es letztes Jahr geschrieben wurde. Und du hast schon sehr viele, viele wichtigen Dinge stehen schon drinne im Klappentext. Wir alleine, unser gesamtes Vertrauen basiert auf dem Schein vom Geld. Deswegen nennen wir den ja heute Geldschein und nicht mehr Banknote. Aber wir wollen nochmal ein bisschen in die Geschichte auch vom Gold gucken. Das war natürlich nicht nur ein historischer Schmuckgegenstand, so wurde es ja eigentlich in den Urzeiten mal verwendet, sondern schon sehr, sehr zeitig eigentlich als Lagerbestand für echte Vermögenswerte genutzt. Genau, ein Wertaufbewahrungsmittel, ja letztendlich. Und seit 6000 Jahren ist es das geblieben. Also Gold hat immer seinen Wert gehabt in den letzten 6000 Jahren. Das war nie anders und das wird wahrscheinlich auch nie anders werden. Professor Bocker hat ja immer eins gesagt, was das Papiergeld betrifft. Jedes Papiergeld der Welt, und es gab ja vor ein paar tausend Jahren in China schon Papiergeld, jedes Papiergeld der Welt kommt irgendwann zu seinem echten Wert zurück und zwar null. Immer. Immer. Und das war immer so, das wird immer so bleiben. Anders schaut es hier aus. Also wer sein Vermögen, falls vorhanden, irgendwie schützen möchte, der sollte dann einen gewissen Teil auf alle Fälle in Edelmetalle anlegen. Und er sieht es auch als eine Versicherung an. Es geht nicht darum, jetzt irgendwie so und so viele Zinsen dafür zu bekommen. Um das geht es gar nicht. Das ist eine Versicherung. Mehr nicht. Und eine Versicherung, bei der schaut man auch nicht jeden Tag irgendwie in die Polizei, was steht jetzt da nochmal drin, sondern man hat sie. Und wenn es wirklich problematisch wird, dann nimmt man sie raus und schaut, was kriege ich jetzt da? Was ist jetzt passiert? Was kriege ich da? Und deswegen ist es völlig egal, wie der Kurs ist. Es gibt Leute, die schauen jeden Tag auf den Kurs. Es ist völlig egal. Es ist eine Versicherung. Und wenn es crasht, dann kann man ja nochmal nach dem Kurs schauen. Und dann wird man sehen, wie es ausschaut. Wer bis zum Ende dran bleibt, der wird dann von mir auch noch ein paar Hinweise bekommen, da unser Verein sich schon seit vielen, vielen Jahren darum bemüht, eine Vermögenssicherung. Und das ist das Entscheidende dabei. Kein Aufbau. Es geht nämlich nicht zwingendermaßen um Rendite, sondern tatsächlich um Vermögenssicherung in Form von Gold und speziellen Lagermöglichkeiten. Wen das interessiert, bleibt bitte einfach bis zum Ende der Sendung dran. Du hast, das finde ich so super auch in dem Buch, er hat ja sehr, sehr viele Beispiele gebracht, die das mal entkräften, was uns eigentlich der Mainstream die ganze Zeit erzählt, wie schlecht der Gold ist. Und man muss ja sich immer nur die Frage stellen, in jedem Krieg, der weltweit mal irgendwann geführt worden ist, das aller, allererste, was der Angreifer gemacht hat, ist sich die Goldreserven des jeweiligen Feindes zu sichern. Genau. Immer. Genau. Warum? Ja. Lass uns mal aber so einsteigen, wie wir eigentlich Gold heute sehen. Wie viel gibt es denn eigentlich? Da hast du auch eine schöne Zahl für uns. Ja, wenn man alles Gold zusammennimmt, das jemals gefördert wurde auf der Welt, also da ist die alte Pharao-Totenmaske dabei und jeder Golddukan aus dem Mittelalter. Also wenn man alles zusammennimmt, das ergibt einen Würfel mit einer Kantenlänge von 18 Meter. Das ist gar nicht so groß. Das würde locker unter dem Eiffelturm reinpassen. Und das ist alles Gold der Welt. Und interessanterweise, das wissen die wenigsten, beim Silber schaut es noch schlechter aus. Silber gibt es viel, viel weniger als Gold. Und Silber wird ja auch verbraucht. Also Silber ist ja das Gold des kleinen Mannes, sagt man immer. Also Silber darf man auch nicht außer Acht lassen. Silber wird verbraucht und wird immer weniger. Das heißt, irgendwann wird Silber entsprechend auch explodieren, was den Wert betrifft. Die Wertbeständigkeit kommt aber schlichtweg einfach mal aus der Zusammensetzung, der chemischen Zusammensetzung. Denn es vergeht nicht, wie du schon gerade sagtest. Ja, es kann in dem Sinne nicht oxidieren, also rosten würde man sagen bei einem Metall. Und damit bleibt es natürlich über Tausende von Jahren mehr oder weniger gleich. Es ist auch leicht zu verarbeiten. Deswegen hat man es in der Schmuckindustrie genutzt. Und das wussten ja auch schon die alten Urvölker. Und die sind deswegen ausgerottet worden. Das möchte man nochmal dazu sagen. Nicht wegen der Kultur, sondern die alten Seefahrer sind dorthin, um die Schätze zu holen. Also es dreht sich schon sehr viel global gesehen immer um das Gold. Und wenn man dem Weg des Goldes folgt, dann weiß man auch, okay, wo sitzen die eigentlichen Machtzentren? Wer hat wirklich was zu sagen? Wo ist das Gold eigentlich? Wo lagert das? Das ist zum Beispiel Peter Böhringer, den ich gut kenne. Er hat ja vor längerer Zeit schon ein Buch geschrieben. Holt unser Gold heim, also das deutsche Gold. Weil die wenigstens wissen, dass der größte Teil, es gibt zwar einen kleinen Teil unseres Staatsgoldes, das in Frankfurt lagert, aber dass der größte Teil noch heute in New York lagert. Im Keller der Federal Reserve. Ja, und es gibt sehr viele, Professor Böcker hat dazugehört, die gesagt haben, dieses Gold ist nicht mehr da. Es ist weg. Er hat auch gesagt, in Fort Knox ist kein Gold mehr. Da liegt nur noch ein Zettel. Ja. Und die lassen auch keinen rein, um das Ganze zu überprüfen, sondern es ist ganz offensichtlich, dass diese Sachen weg sind. Ja. General de Gaulle hat nach dem Zweiten Weltkrieg ein Kriegsschiff nach New York geschickt, um das französische Staatsgold heimzuholen, weil er sich schon gedacht hat, besser zu Hause das Ganze zu haben. Ja. Und wie gesagt, ich gehe auch davon aus, dass das deutsche Gold, der Großteil, das in New York liegen sollte, nicht mehr da ist. Ja, vermutlich nicht. Ja. Du hast im Klappentext einen wunderbaren Satz eigentlich schon gesagt und ich würde das gerne nochmal aufarbeiten. Denn für diese Aussage sind schon Präsidenten getötet worden, Gold wieder zu einem Währungsstandard zu machen. Also eine goldgedeckte Währung. Wir wissen alle, dass unsere Währung im Prinzip mit gar nichts mehr gedeckt ist, außer mit Schulden und dem guten Willen und Glauben daran, dass es gedeckt ist und nicht mehr, auch nicht weniger. Und der Letzte, soweit ich weiß, zumindest ein großer Präsident war Kennedy, der versucht hat, auch den Goldstandard wieder einzuführen, eine eigene, tatsächlich amerikanische Währung wieder rauszubringen. Also keine FED-Währung. Die FED ist ja keine Bundesbank, sondern es ist weder föderal noch hat sie Reserven, sondern es ist eine Institution, die Privatbanken gehört und die ganz seltsam mehr oder weniger das durchgebracht haben, dass sie diese Dollars drucken darf, diese Federal Reserve Note. Das ist aber keine US-Note, Banknote und Kennedy wollte das eben wieder ändern. Er wollte einen neuen, edelmetallgedeckten, amerikanischen Dollar, US-Dollar rausbringen. Und kurz danach war er tot. Der Letzte, glaube ich, der noch bekannt ist, gut, der war vielleicht kein großer Staatsmann, obwohl da ranken sich sehr viele Mythen, war Gaddafi. Auch der hat gesagt, er möchte sich genau vom Dollarsystem abwenden und sozusagen wieder eine eigene Währung aufbauen, goldgedeckt, also mit wertstabilen Edelmetallen hinterlegen. Naja, auch da wissen wir, was draus geworden ist, unabhängig jetzt von der Person. Nicht nur er, sondern auch der Irak damals, wollte dann die Ölverkäufe in Golddinare abwickeln und nicht mehr in den Dollar und plötzlich war der Krieg. Also ein Schelm, wer Böses denkt. Wir können, glaube ich, festhalten, dass die Amerikaner nicht immer nur wegen Öl losziehen, sondern auch natürlich genau deswegen, weil letzten Endes ihre Leitwährung, Leit in dem Fall jetzt mal mit D geschrieben, nicht mit T, der Dollar, ja, wenn man den nicht stützen würde und eigentlich permanent die Drucker-Maschinen anwerfen würde. Oder die laufen eigentlich schon seit Jahren durch, also spätestens seit 2007 mit der Lehman-Brother-Pleite und dem Hypotheken-Crash laufen die Drucker-Maschinen durch. Und man hat ja mal ausgerechnet, dass selbst alle Drucker-Maschinen der Welt es gar nicht schaffen, so viel Geld zu drucken, wie eigentlich täglich benötigt wird. Worauf wir hinaus wollen, lieber Zuschauer, ist ja eigentlich, dir den Irrsinn zu erklären, in welcher Welt wir eigentlich leben. Ja, aus wie viel Lug und Trug hier eigentlich vonstatten geht und wir hinterfragen das gar nicht. Und dann kommen so eben Gott sei Dank schlaue Leute, die uns mal ein bisschen aufklären darüber, wie wichtig das doch eigentlich ist, eine echte Vermögenssicherung zu machen. Genau. Es gibt ja bei den Edelmetallern keine Inflation. Das gibt es ja nur beim Papiergeld. Inflation ist nichts anderes wie die Enteignung der Bürger. Das heißt, ich habe heute 100 Euro oder Dollar, die vielleicht in einem Jahr nur noch den Wert haben von 50 Prozent. Das Wert ist von heute. Das heißt, ich wurde enteignet. Die Hälfte ist weg. Und bei den Edelmetallen kann das nicht so passieren. Und irgendwann, wie Bocker schon gesagt hat, ist jedes Papiergeld auf dem Wert Null. Und das wird auch dieses Mal wieder passieren. Und so, wie es ausschaut, wird es gar nicht mehr lange dauern. Und er hat ja auch Rechenbeispiele drin. Und das fand ich gut, weil wir haben, ich glaube, wir haben bei Blaupause im November, glaube ich, war es eine Sendung gemacht mit unserem Goldspezialisten. Da haben wir auch mal gegenübergestellt. Wenn du vor 10 Jahren oder 20 Jahren Geld angelegt hast bei einer Bank und du hast Gold gekauft. Wer hat gewonnen? Ja, also wo hast du denn in dem Fall die meiste Rendite oder sowas. Und du hast bei der Papierwährung, bei der Bank, du hast drauf gezahlt. Du hast drauf gezahlt. Also da ist nichts mehr übrig von deinem Geld. Das Gold ist gestiegen. Und da muss man auch gar nicht mit einkalkulieren, dass der Goldpreis permanent gedeckelt wird, künstlich erzeugt wird. Also der wird manipuliert. Also der ist nicht frei, sonst wäre der schon ganz woanders. Und es ist wichtig, dass du das angesprochen hast. Es gibt eigentlich keinen richtigen Zeitpunkt, Gold zu kaufen. Weil das, was dann kommt, wir hatten im Vorgespräch so ein lustiges Beispiel, während des zweiten, nach dem Zweiten Weltkrieg oder beziehungsweise während der Wirtschaftskrise, beziehungsweise das, worauf ich mich beziehen würde wollen, wäre eigentlich die Krise, 23 war es ja, die Wirtschaftskrise. Da konntest du für wenige Unzen Gold ganze Straßenzüge in Berlin kaufen, was ja auch gemacht wurde. Das ist historisch dokumentiert. Und da sieht man, welchen Wert? Wenig. Sehr wenig. Unze ist nicht viel. Unze, das sind 31 Gramm. Das ist nichts. Und was du da an Werten plötzlich gegenüberstellen kannst. Und auch bei NTV waren vor zwei oder drei Wochen gab es eine Sendung. Ich war sehr erstaunt. Also mit dieser Clip ist mir zugespielt worden. Und da spricht der sogenannte Börsenexperte mit der Moderatorin und sagt das ganz offen. Ich weiß nicht, zu welcher Uhrzeit, aber er sagt das ganz offen. Natürlich wird es eine Enteignung der Sparer geben, weil die Krise, so wie sie jetzt ja sich darstellt, wir haben ja Milliarden zum Fenster jetzt rausgeworfen und da ist ja noch gar nicht Schluss. Die eigentlichen Schäden sind nicht im Ansatzweise berechenbar im Augenblick. Natürlich, wo soll es denn herkommen? Es wird am Sparer und eben sein Kapital auf der Bank. Genau. Es ist ja auch so, egal welche Krise, ob es jetzt das 9-11 war oder die 2008er-Krise, sofort bei den ersten Meldungen steigt das Gold und Silber. Absolut, weil jeder plötzlich in das Gold und Silber flüchtet. Und von daher gesehen, ich habe jetzt mal gehört, wenn nur ein Bruchteil des Vermögens plötzlich angelegt werden würde in Gold und Silber, dann wäre unser Gold, die jetzt bei, glaube ich, bei 1.600 Euro ist, sofort bei 10.000. Ja, sofort. Wenn das mal reicht. Ja, ja, ja. Wenn das mal reicht, weil da ist ja, wie gesagt, diese künstliche Deckelung des Goldpreises, wenn man den mal entkoppeln würde und tatsächlich die Werte dagegen überstellen würde, die wir ja quasi immateriell anhäufen, also sprich mit unserem Fiat-Geld, mit Papiergeld anhäufen und das dagegen stellen, das ist nichts mehr wert, nichts, nicht mal das Papier, worauf es draufsteht. Und das wissen wir eigentlich auch, das ist ja lange bekannt. Wir haben schon einige Weltwirtschaftskrisen gehabt, wo sich das ganz deutlich gezeigt hat. Und es gibt aber immer noch Leute, die sagen, nee, nee, Gold ist ganz, ganz schlecht, ganz schlechte Anlage, ganz, ganz, ganz schlecht. Magst du vielleicht mal das ein oder andere Argument entgräffen? Genau, er hat ja da eine schöne Aufstellung, ein schönes Kapitel, das heißt 20 Totschlag-Argumente gegen Gold. Ja, jetzt müssen wir mal schauen, welche Argumente es da gibt. Ich kann natürlich jetzt nicht alles genau vorlesen, weil es doch ziemlich viel ist. Nehmen wir ein, zwei Beispiele vielleicht. Gold bringt keine Zinsen. Ja, genau. Ein Totschlag-Argument richtig, jedoch verschwinden in Zeiten der Hyperinflation und Währungsreform, welche nichts anderes als Staatsbankrott bedeuten, die jahrelang aufgetürmten Zinsen zusammen mit dem zugrunde liegenden Kapital. Gold gleicht diese Verluste durch seine Werterhaltung und Steigerung viele Male aus. Die Zinslosigkeit ist ja gerade eine der besten Eigenschaften des Goldes, denn sonst wäre diese andere Klasse längst auf den Einkommensteuererklärungen aufgetaucht und Goldeigner müssten entweder lügen oder die Anonymität aufgeben und zahlen. Nein, Gold generiert kein direktes Einkommen, welches steuerlich zu erfassen wäre. Die besondere Stärke besteht in der Erhaltung des Kapitals. Da braucht man eben keine Zinsen. Was bringen mir große Zinsen, wenn am Schluss nichts mehr einen Wert hat? Genau. Gar nichts. Oder ich lese mir nur Überschriften vor. Gold ist gefährlich zu transportieren. Auch Papiergeld ist im Transport durch Raubüberfall, Brand bedroht. Gold kann nicht verbrennen, Papiergeld schon. Dann, Gold unterliegt hohen Preisrisiken. Haben wir eigentlich schon erklärt, warum das ein Blödsinn ist. Dann, Gold ist ein barbarisches Relikt. Goldbesitz ist sinnlos, denn massive Verkäufe der Zentralbanken werden die Goldpacks zerquetschen, wie Maden die Bankreserven reichen ja ewig. Wo ist das Gold? Gold wird von den reicher werdenden Asiaten vermehrt durch Papiergeld ersetzt. Das Gegenteil ist der Fall. Also kaum ein Staat hat mehr Gold angehäuft oder die Bürger wie China in den letzten Jahren. Also China, die Leute wissen genau, was los ist. Auch Russland hat sehr, sehr viel gemacht, was das Gold betrifft. Zu China nicht zu unterschätzen auch der spirituelle Wert von Gold. Gold wäre vielleicht mal in einem anderen Rahmen eine ganz interessante Geschichte. Was Gold eigentlich aus dem spirituellen Rahmen, also welche Eigenschaft es im Energetischen noch mitbringt. Was es mit dem Körper macht, wenn du es trägst und so was. Das ist nicht nur Schmuck in dem Sinne. Deswegen sind auch sehr, sehr viele Chinesen dahinter her. Das ist nicht nur Statussymbol in dem Sinne, dass man zeigt, okay, man hat das geschafft. Weil das ist in China ein bisschen anders als hier. Nicht, dass ich chinesische Verhältnisse haben möchte, um Gottes Willen. Aber da geht man mit seinem Status ein bisschen anders um. Dort hat man kein Problem, das zu zeigen, weil dort der Neidfaktor nicht so hoch ist wie hier. Gold kann man nicht essen. Gold ist einer der Hauptargumente, dem man sagt, Gold kann man nicht essen in der Krise. Was macht man da? Er schreibt, das muss ich jetzt mal vorlesen, was er schreibt dazu. War König Midas, fand das auf die harte Tour heraus. Selbst die Getränke geranden ihm zu Goldklumpen in die Kehle. Sogar die eigene Tochter verwandelte der Gute in eine güldene Statue, indem er sie auf verzweifelter Nahrungssuche berührte, obwohl sie schlecht essbar war. Insgesamt handelt es sich hier um ein uraltes, immer wiederkehrendes, jedoch absolut blödsinnige, Argument. Man kann massenhaft Nahrungsmittel und ganze Farmen für unessbares Gold kaufen. Außerdem sind Geldscheine, Wohnungen, Häuser, Autos, Maschinen, Diesel, Dynamit, Rohöl, Waffen, Diamanten, Aktien, Backsteine, Zement, Dünger, Derivate oder Vermögensrechte, Getränkeflaschen, Verteidigungsanwälte, Leibwächter, Rohstoffminen, Leuchttürme, Konturraketen, U-Boote, Patronen oder treue Mitarbeiter auch nicht essbar. Einige vielleicht unter allergrößten Schwierigkeiten und alle Pilze sind essbar, manche jedoch nur einmal. Also das ist sein Humor. Aber das stimmt. Auch das ist alles nicht essbar. Aber trotzdem kann man sich damit was besorgen. Also es ist unglaublich, was es da für Torschlag-Argumente gibt und er zerlegt sie alle, weil er weiß, wovon er spricht. Vielleicht ist es hier nochmal wichtig an der Stelle, das einfach mal nochmal klar zu machen. Wenn ich einen Geldschein auf der Bank habe, dann gehört er erstmal mal gar nicht mir, er gehört der Bank. Das kann man nachlesen. Ganz wichtig. Das ist keine Verschwörungstheorie. Das ist so. Nicht mal das Konto gehört dir. Das gehört auch der Bank. So. Wenn ich das da liegen habe, dann habe ich dann vermeintlich, glaube ich, ich habe einen gewissen Wert. Das stimmt aber gar nicht. Weil dieses Geld ist gar nicht vorhanden. Es ist nämlich nicht so, wie wir in der Schule beigebracht haben, dass meine 50 Euro, die ich dem Bankschalter gebe und sage, bitte bucht das auf mein Konto, dass das auf meinem Konto landet. Sondern das verschwindet natürlich im Kreislauf. Und auf meinem Konto wird eigentlich nur eine Zahl reingeschrieben, also eine 1 oder eine 0 ergänzt im Computer. Das ist dann der Wert. Man kann ja mal zur Bank gehen und es sich einen Spaß machen. Ich rate aber von größeren Beträgen wirklich davon ab, das zu tun und sagen, man möchte sein Bargeld abheben. Dann wird man aber schnell merken, wie die Bankbeamten oder die Angestellten dort ins Schwitzen geraten. Denn erst wenn ich das abhebe vom Konto, dann hat es zumindest schon mal einen Mehrwert. Und eigentlich tatsächlich in dem Moment erst, wenn ich etwas Physikalisches damit kaufe, etwas in meinen Besitz bringe damit oder in mein Eigentum damit bringe, dann hat das tatsächlich Geld einen Wert. Der Rest ist Schein. Wirklich Schein. Richtig. Und das ist beim Goldnehmen nun mal ganz anders. Genau. Ja. Das ist auch wichtig zu sagen, das hat auch Professor Bocker immer wieder gesagt, so haben eigentlich alle Edelmetallexperten, es gibt das sogenanntes Papiergold. Also es gibt Anspruch auf gewisse Goldmengen, gibt es auch dieses Xetragold. Nein, man muss es physisch haben. Es gibt mittlerweile, gerade im Silberbereich, die hundertfache Menge an Papiergeld, wie wirklich existiert. Also da kann was nicht stimmen. Weil wenn nämlich dann der Tag X kommt und ich brauche mein Silber zum Beispiel, dann sagen die, wir haben es aber nicht, wir können es auch nicht für hohe Preise kaufen. Das heißt, die Firma gibt Pleite, aber auch du schaust in die Röhre. Und deswegen ist es immer wichtig, das Ding physikalisch zu haben, Gold und Silber physisch zu kaufen. Nur das ist echtes Gold und Silber. Und was er auch ganz klar sagt, es ist sehr, sehr wichtig, es anonym zu kaufen. Das heißt, man muss davon ausgehen, sagt er, wie es immer eigentlich war, wenn eine Krise kommt, dass die Staaten sich ja sehr tolle Dinge einfallen lassen und er geht davon aus, dass es wieder ein Goldverbot geben wird. Das heißt, wie er immer gesagt hat, da kommt jemand und holt dein Gold ab, du bekommst aber eine Quittung. Ja, super. Aber das Ding ist, das Gold ist weg und deswegen ist es wichtig, anonym zu kaufen. Es muss keiner wissen, dass du jetzt Edelmetall hast. Ich glaube, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich denke, zweieinhalbtausend oder sogar fünftausend Euro sind noch möglich. Zweitausend. Ich glaube, zweitausend. Zweitausend. Okay, gut. Und vor etwas mehr als einem Jahr, also Ende 2019, waren es noch zehntausend. Das wurde also plötzlich von zehntausend auf zweitausend runtergesetzt. Warum machen die Gesetzgeber das? Haben die schon irgendwelche Vorahnungen gehabt, was da auf uns zukommt? Möglicherweise. Diese Frage zu folgen würde schon völlig reichen, um ein ganz anderes Weltbild mal zu erfassen und zu erfahren, was da eigentlich wirklich abläuft. Und die Banken haben es ja ganz clever gemacht, indem sie nämlich Anleihen machen und sagen, wir geben dir sozusagen ein Wertpapier, wo draufsteht, du hast Anrecht auf so und so viel Gold. Das ist natürlich in Krisenzeiten nichts wert, gar nichts. Und deswegen entscheidend. Das hat auch nichts mit Deckung zu tun. Wir haben ja früher goldgedecktes Geld gehabt. Das heißt, du hast dir für diesen Betrag, der da drauf stand, auf dem Zettel, auf dem Geldschein, hast du dir bei der Bank Gold abholen können. Das wurde hinterlegt. Heute ist nichts mehr hinterlegt. Heute gibt es gar nichts mehr. Heute gibt es nur noch den Glauben, dass das Geld was wert ist. Nur den Glauben. Und wenn der Glaube mal weg ist, dann ist das Ding von heute auf morgen erledigt. Los ging es ja eigentlich, wenn wir mal ein bisschen die ganz kurzen Abstecher in die Frühgeschichte machen. Bleiben wir mal bei, man könnte es mit den Venezianern und Patriziern machen oder die Fugger war das auch schon so. Ein großes Imperium sozusagen. Und Ton und Taxis kam später dann mit den Posten noch dazu. Die haben ja nichts anderes gemacht, als zu sagen, okay, Reisen mit großem Geld ist schwierig, ja, Räuber hat es früher viel, viel mehr gegeben an der Wegelagerei und sowas. Und die haben einfach so gesagt, okay, wir haben quasi in London einen Tresor und wir haben in Berlin einen Tresor. Es gehören beides unsere Filialen und wenn du jetzt von London nach Paris reist, gibt es einen Reisescheck. Wir stellen dir also quasi ein Zertifikat aus, das heißt, du zahlst dir bei uns in Berlin was ein und wenn du in London ankommst, dann kannst du mit diesem Zertifikat ja tatsächlich wieder physisches Gold holen. Und das ist ja noch in Ordnung. Das hat ja noch funktioniert. Nur später dann eben hat man das auch das abgeschafft. Und dann war es alles nur noch, nur noch ein Zettel. Schulz Schein hat man vorher gewonnen. In den USA war es so, bis zum Präsidenten Nixon gab es tatsächlich noch einen goldgedeckten Dollar oder Federal Dollar, aber die hat es abgeschafft. Ab dem Zeitpunkt ist nichts mehr gedeckt gewesen. Und auch da war die Währung schon eigentlich überbewertet. Deswegen hat man das ja gemacht. Man musste das dann koppeln vom Gold, damit eben nicht auffällt, wie wertlos diese Währung ist. Aber naja, gut, ist vielleicht ein anderes Thema. Lass uns bitte nochmal über den Untertitel sprechen. Deswegen ist mir das nämlich so wichtig. Der Sklavenaufstand im Weltreich der Papiergeldkönige. Ich würde das gerne nochmal sacken lassen. Genau das ist es nämlich. Wir sind Sklaven von unserem Geld. Das wissen wir auch. Was der einzige Antrieb heute, den ein Mensch zum Leben hat, er möchte Geld verdienen. Wir leben also schon in einer Welt, die rundum von da geprägt ist. Genau. Und die allerwenigsten haben ja noch Vermögenswerte. Und wenn das dann noch natürlich in Form von Versicherungen, also auch nur wieder Umverteilungssysteme angelegt wird, dann am Ende ist es genau, was du sagtest. Wir nähern uns dann dem echten Wert an, nämlich null. So, und wenn dann noch dieses, haben wir schon in einer anderen Sendung besprochen, das Bargeldverbot kommt, dann ist der Sklave perfekt. Dann kann er gar nichts mehr machen, ohne dem guten Willen bestimmter höherer Persönlichkeiten. Und darum sagt er, Freiheit durch Gold, nur durch Gold und Silber kannst du dir persönliche Freiheit erkaufen, wenn man so will. Ja, es ist eine wirklich freie Geschichte. Darum geht es ja letzten Endes. Alles andere wird dann zu sehr überwacht. Und natürlich, das Bargeld ist ein Riesenthema. Wir haben in Deutschland sehr viel Glück. In anderen Ländern ist das schon anders. Aber in Deutschland ist es ja so, dass tatsächlich 90 Prozent, soweit ich weiß, oder 85 Prozent, also ein sehr hoher Anteil, der tatsächlich in Bar bezahlt wird. Also wir Deutschen scheinen da zumindest eine hohe Affinität zu haben. Aber man versucht ja jetzt schon, genau in diesen Krisenzeiten wieder dieses Framing zu setzen. Ja, aber das Bargeld muss weg. Wir brauchen die Kontrolle darüber. Und uns wird ja dann immer erzählt, ja, es geht ja darum, um da Schwarzgeld und sowas, ja, dem Einhalt zu gebieten. Ich kann mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass jeder Mafiaboss, dem das scheißegal ist, ob es Bargeld gibt oder nicht, die haben andere Möglichkeiten, ihre Werte sozusagen woanders hinzupacken. Und die haben sie schon lange in Immobilien oder eben in Wertsachen, Sachwerte. Sachwerte, ja. Und das ist das Entscheidende dabei. Nichts anderes ist Gold und Silber. Das sind Sachwerte. Das ist die Spitze der Sachwerte. Es gibt natürlich andere Sachwerte. Es gibt alle möglichen Geschichten wie teure Whiskys zum Beispiel oder andere Sachen. Bokka hat zum Beispiel einmal ein kurzes Video gemacht, das ist heute noch auf YouTube zu finden, wo er eben geschildert hat, er hat ja den Zweiten Weltkrieg als Kind miterlebt und hat diese Zigarettenwährung beschrieben, die es danach gab am Ende des Zweiten Weltkriegs, wo er gesagt hat, am Schluss war es so, dass man für eine Zigarette von jemand anderem praktisch die Lebensmittelkarten für eine Woche bekommen hat. Für eine Zigarette. Ja, das ist unglaublich. Lass uns ruhig die Sendung auch vielleicht mit diesen generellen Hinweisen nochmal auch abschließen. Weil ich glaube, über das Gold haben wir genug gesprochen, welchen Wert es tatsächlich hat, welchen Wert es für uns haben sollte. Gerade in den heutigen Zeiten, sehr unsichere Zeiten, ist man sicherlich gut beraten für diejenigen, die noch Vermögen haben. Und, das möchte ich noch dazu sagen, Gold kann man auch in sehr kleinen Stück zahlen. Also in Stück gelungen. Ja, also es ist für jeden eigentlich. Also es ist besser, wenn die Oma jetzt sagt, ich möchte für die Enkel irgendwie was geben, dann kauf lieber für die 50 Euro oder 10 Euro oder was auch immer. Lieber ein Gramm Gold oder was auch immer. Oder es gibt so eine kleine Münze, vielleicht noch eine kleine Geschichte dazu, der Schweizer Vreneli. Der Bocca hat ja den Schweizer Vreneli immer ein bisschen hervorgehoben, weil er eben gesagt hat, bei den früheren Goldverboten gab es immer Ausnahmen. Er sagt ja, bestimmte Leute, die die Gesetze machen, lassen sich immer ein bisschen so eine Hintertür für sich selbst, wie sie da am besten, so ein Schlupfloch, wie sie da rauskommen. Und er hat eben gesagt, dass bei den meisten Goldverboten bisher bestimmte Münzen ausgenommen waren. Das waren meistens so halbnumismatische Münzen. Also es sind Münzen, die zum einen als tatsächliche Werthandelsmünzen gelten, aber auch als Sammlermünzen gelten, als historische Sammlermünzen. Und so ein Beispiel ist das Schweizer Vreneli. Also die Hauptmünze ist die mit 20 Franken. Das ist ungefähr von der Goldmenge ungefähr eine Fünftel Unze. Also fünf ungefähr sind eine Unze Gold. Und ist schon eine kleinere Stückelung. Und die Wahrscheinlichkeit, sagt Bocca, dass diese Münzen wieder ausgenommen werden von einem möglichen zukünftigen Goldverbot, ist sehr hoch. Deswegen sind auch diese Vrenelis sehr gefragt, sage ich mal. Also wenn jemand sich was kaufen möchte und hat die Möglichkeit, sich Vrenelis zu kaufen, würde ich und Bocca ihm das empfehlen. Ja, unbedingt sogar. Also man sollte immer kleine Bestände, Gold, Silber, andere Edelmetalle wären auch noch möglich. Aber das sind schon Sachen, die wirklich krisensicher sind, es schon immer waren und es immer bleiben werden. Andere Edelmetalle sind von daher ein bisschen unvorteilhaft. Wenn ich jetzt Palladium nehme oder Platin, die sehen aus wie Silber. Jetzt kann ich dann schlecht irgendwie in der Krise zum Bäcker gehen und sagen, pass auf, das ist kein Silber, das ist Platin. Dann sagt er, was soll ich das wissen? Du kannst mir alles erzählen. Und nicht jeder weiß, wie man sozusagen die spezielle Dichte eines Materiales messen kann, indem man zum Beispiel Verdrängung in der Badewanne messen kann. Also so hat man es ja früher gemacht. Da gibt es ja so wunderbare Geschichten, wie das Gold ja quasi sehr viel Kupfer oder irgendwas anderes mit reingemischt worden ist und dann eben nicht mehr den gleichen Verdrängungsprozess hat. Das ist vielleicht auch ganz gut mal zu wissen. Haben wir noch was vergessen zum Buch? Er hat noch, das ist vielleicht auch noch ganz interessant, Alan Greenspan, der frühere Fettchef, den hat er da zitiert, weil der Herr Greenspan, der hat ja dann als Fettchef ziemlich gegen Gold gewettert und das Gold verteufelt. Und der war aber früher ganz anders drauf, bevor er der Fettchef wurde. Und Bocker schreibt hier, hier ein vielsagender Ausschnitt, der manche schockieren möge, denn für beinahe zwei Jahrzehnte als Chef der Fett, einer kleinen privaten Institution, die als Königshof der Weltfinanzen gilt, wandelte er sich von Paulus zum Saulus. Also nicht umgekehrt, sondern von Paulus zum Saulus. Und damit zum unversöhnlichen Feind des gelben Metalles. Lassen wir diesen Oberhirten aller Papiergeldkirchen kurz zu Wort kommen und man staune. Zitat Ohne Goldstandard gibt es keine Möglichkeit, Ersparnisse vor der Enteignung durch Inflation zu schützen. Es gibt dann kein sicheres Wert auf Bewahrungsmittel mehr. Wenn es das gäbe, müsste die Regierung ihren Besitz für illegal erklären, wie es im Falle von Gold auch so oft der Fall war. Wenn sich jedermann entscheiden würde, sein Bankguthaben in Silber, Kupfer oder ein anderes Gut zu tauschen und sich weigern würde, Schecks oder Bargeld als Zahlung zu akzeptieren, würden Bankguthaben ihre Kaufkraft verlieren und Regierungsschulden würden keinen Anspruch auf Güter mehr darstellen. Die Finanzpolitik des Wohlfahrtsstaates macht es erforderlich, dass es für Vermögensbesitzer keine Möglichkeit gibt, sich zu schützen. Das ist das schäbige Geheimnis, das hinter der Hysterie und Verteufelung des Goldes steckt. Staatsverschuldung ist einfach ein Mechanismus für die versteckte Enteignung vom Vermögen. Gold verhindert diesen heimtückischen Prozess. Es beschützt Eigentumsrechte. Wer das verstanden hat, versteht auch, warum die Befürworter des Wohlfahrtsstaates gegen den Goldstandard sind. Das hat er geschrieben, der Fettchef Greenspan. Bevor er Fettchef wurde, danach war es ein bisschen anders. Ein wunderbarer Vergleich, nämlich genau das ist, das ist doch Papierpapst, nicht mehr und nicht weniger. Das ist eine rein fantasierte Währung, um es mal auf den Punkt zu bringen. Super, vielen Dank. Ganz wichtiges Thema, wie ich finde. Es passt hervorragend rein und kommt, wie ich finde, genau zur richtigen Zeit. Ja, also Gold hat immer seine Zeit. Ja, aber man sieht es ja, man muss es immer wieder mal erinnern, weil die meisten das nicht auf dem Schirm haben. Und ja, man kann ja mal den Test machen und zu seinem Bankberater gehen und sagen, er würde gerne Gold einkaufen, wie die reagieren. Ich bin auch sehr froh, dass der Verlag, der Johannes-Müller-Verlag in Berne, in der Schweiz, der das Buch rausgebracht hat, dass der da so dahinter ist. Ich kenne den Herrn Müller persönlich, er ist ein sehr netter und guter Mann. Er ist absoluter Goldspezialist. Er hat auch einen eigenen Laden mitten in Berne, wo es um Edelmetalle geht. Also Hut ab vor dem Herrn Johannes Müller aus Berne, dass er das macht. Er hat zumindest auch noch Erwähnung gefunden. Das ist ganz wichtig natürlich. Ja, weil es tatsächlich ist ja kein Buch aus dem Osiris-Verlag im eigentlichen Sinne. Genau. Aber wie gesagt, wir finden beide auch ein ganz wichtiger Punkt. Dann danke dir für die Ausführungen. Ich bedanke mich bei dir, dass du gekommen bist und dass wir das wichtige Thema besprechen konnten. Unbedingt. Und wer es jetzt geschafft hat, noch dran zu bleiben, liebe Zuschauer, ich hatte ja am Anfang der Sendung gesagt, ein paar Tipps, lasst es mich noch loswerden. Egal, was kommt, wenn die Krise kommt. Und sie wird sicherlich kommen. Ein Crash steht unmittelbar bevor, sagen viele Experten sogar. Also da muss man jetzt kein Hellseher sein oder in irgendeiner Art und Weise Verschwörungstheoretiker. Und im Zuge eigener Recherchen habe ich mich mal schlau gemacht, was sind denn so die wichtigsten Dinge, die man vielleicht haben sollte. Ein paar haben wir ja schon genannt. Klar, Gold, Silber ist eine Sache. Aber es sind auch andere Kleinigkeiten, die oft wichtig sind. Schokolade, Mehl, Zigaretten, Alkohol. Also nicht nur zum Desinfizieren, sondern auch zum Trinken natürlich. Das sind tatsächliche Werte, die in früheren Krisenzeiten plötzlich einen Zuwachs hatten an Wert, womit viele Leute am Ende überlebt haben. Und getauscht haben. Das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt. Insofern vielleicht mal drüber nachdenken, vielleicht das eine oder andere doch mal einzulagern, solange es überhaupt noch möglich ist. Man hört ja auch immer wieder aus gewissen Kreisen, dass möglicherweise auch Lieferketten irgendwann mal nicht mehr so darstellbar sind, wie sie es aktuell sind. Und noch ist es ja möglich, diese Güter zu kaufen. Vielleicht macht sich der eine oder andere mal Gedanken darüber. Wer genaueres wissen möchte, wie wir im Verein anbieten, Gold in Lichtenstein anzulegen, also außerhalb der EU in einem sogenannten Zollfreilager, der möge uns doch bitte einfach anrufen oder mal eine E-Mail schicken. Wir haben dazu auch auf unserem Kanal schon mehrere Videos gemacht mit unserem Goldspezialisten, denn wir halten das auch für ein sehr wichtiges Thema zum Vermögenssicherung. Also Aufbewahrung, nicht Vermehrung. Es geht darum, was wegzulegen für danach. Es geht um den Wiederaufbau. Für alle, die das interessiert, mögen sich doch gerne vertrauensvoll an uns wenden. Da haben wir auf jeden Fall Möglichkeiten, was zu machen. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Verbreitet es wie immer. Lasst das Abo da. Denkt an Telegram, auch ganz wichtiger Punkt. Viele Sendungen werden vielleicht in Zukunft nur noch dort zu erreichen sein. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Herzlichen Dank. Ciao. Vielen Dank. Vielen Dank.